Ja, ich zerstör mich auch gerade selber. Jetzt so. Haltest du schon. Achso, ich muss erst aufstehen. Auf 9. Passen 3 wir hier ins Schiff rein? Klar. Weiß ich nicht. Okay, aber der Mauszeiger ist immer noch dran. Das juckt mich. Ähm, Steuerung und Leertaste. Nö. Ist das ein weißer Mauszeiger oder? Ne, ein grüner. Ja, du musst Alt-Leertaste gleichzeitig drücken. Ja, aber der bleibt da. Echt? Wenn ich es drücke, dann kann ich mit dem Mauszeiger ruhen. Meine Sicht verändert sich nicht. Und wenn ich nochmal drücke, kann ich mich rumbewegen. Aber der Mauszeiger ist immer noch da. Ähm, ist der Mauszeiger an derselben Position, wo ihr war, wenn du dich wieder bewegen kannst oder nicht bewegen kannst? Der Mauszeiger geht dann mit. Ähm, dann... Achso, der bewegt sich trotzdem. Yep. Scheiße. Sonst hätte ich gesagt, bewegen einfach in, äh... Irgendeine Ecke. Wo du nicht siehst. Pad 9, hast du gesagt? Ja. Ich probiere jetzt einfach mal, ob es diesmal funktioniert. Dann müssen wir es mal für ein neues Service holen. Pad 9. Ah, Moment, da muss ich... Da, ne, warte. Darüber. Hallo, hallo. Oh, ho, ho, ho. Hallo. Was heißt ja, du? Moment, ich will hier raus. Lass mich sofort hier raus. Diese Schönheit habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, sieh, 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 sieh. Gatling dann da in... Also, sind das... Vier Gatling... Das sind nicht meine, die lagen jetzt. Die schwer waren. Das sind dann jemand anders. Das sind einfach nur überrestig. Da ach grad. Uuuuh. Alter, was für ein Gatling... Was für eins ist das? Der Retaliator. Der Retaliator. Kann man die Gatling mitnehmen? Raum und Ergärten, Alter. Schönes Ding. Alter, Alter, ist das riesig. Eier. Ja, ja, das gehört dem Onkel, ja. Mit O macht sie Lichtern, O, gell? Übrigens, O, schlicht. Ah. Kann man hier rein? Wo kann man hier rein? Mach auf, ich mach auf. Wo ist die Luke? Ich mach auf, nein, nein. Muss der... Muss der Besitzer erstmal aufmachen. Ja. Na, er muss aufmachen. Oh, oh. Sturmt das Deck. So mit rein? Ah, die andere Seite. Ja, andere Seite, nein. Das ist, ist das das, wo auch, wo es auch die, die, das... Oh, da liegt eine Waffe hier drin. Was ist hier los? Was? Wo, wo? Hä? Seht sie das gar nicht. Doch, oh, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie da. Komisch. Na ja, wir müssen, wir müssen in die andere Richtung. Welche Richtung müssen wir? Nein, nein, okay. Hier, seht mal die Babys an, Alter. Alter, Falter. Irgendwas ist hier kaputt. Irgendjemand hat schon geballert hier, wie es ausschaut. Da brennt schon was. Hm, wir fliegen aber an Funken. Macht nix. So, ich steig mal gleich ein hier. Okay, wo kann ich zum Geschütz? Ja. Gibt es vier Geschütze zur Auswahl. Ober, unter und hinter. Oh, ich glaube, ich hocke gerade hinter dem Geschütz. Moment. Ja, möglich. Und tschüss. Ich höre hier nur Explosionen, was soll das? Ich gehe gleich reparieren, Alter. Oh, ich bin auf der Unterseite. Oh Gott, ich bin am oberen Geschütz. Ist voll geil, wie ich von außen sie schon hier aneinschneige. Ja, ich bin am oberen Geschütz. Ist voll geil, wie ich die Dinger, die Düsen umklappern. Okay, bin in der Aussage aneinschneige. Ja. Okay. So. Hast du das gerade aus? Oh. Oh, nice, wow. Alter Falter. So, ich gebe mal ein bisschen Stoff. So, ich muss das erst mal schon reparieren. Oder wollen wir Action einfach machen? Hm? Ja, reparieren wir kurz. Vielleicht kann man da eh Action dabei. Ach, wenn wir reparieren, kann man auch Action. Ja, wenn dann die Piraten an der Station sind. Oder andere Spiele. Machen wir das Ding. Servus. Servus. Bei Astro Service 42. Also, los geht's. So, ich hoffe, ich habe die Achterbahn. Ui. In der Außenansicht sieht das echt geil aus. Die funktioniert bei mir gar nicht. Ah, jetzt da. Verschiedene Ansichten, wo da durchschalten ist, man. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Alter, beruhigt euch. Da ist was, da ist was. Da ist die erste Mal hier. Landen. Wo ist hin? So, komm, Moritz. Erf nach Jons. Ja, ja, ich soll das auch ein bisschen unterscheiden. Ralf? Ralf? Ja? Wie läuft das eigentlich ab mit Freunden hinzufügen, das ganze Ding? Auf 317.000, 76 Kilometer Entfernung. Ich bin wahrscheinlich gerade geraubt. Bin ich eigentlich bei euch irgendwie verzacht oder so weiter? Bitte? Mit dem Mikrofon. Hört sich mein Mikrofon irgendwie komisch an oder so? Ja, etwas. Etwas. Äh, nein, das ist kaputt. Weil ich hab, mein altes ist kaputt gegangen, hab ich mir neu gestört, das ist heute kommen. Und das hab ich jetzt eingestellt und so weiter und da ist immer so ein Rauschen dabei, sagen alle. Und die ist, da hab ich... Nein, das ist Knacks. Ja, genau. Dann hab ich zu denen, sie sollen zur Hölle fahren, sie sollen sich den Arsch ficken und hab sie sämtlichen Beleidigungen und dann bin ich rausgegangen. Läuft. Dann muss ich halt zurückschicken. So, Landen hier bitte. Moment, ich hab's gleich. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich bin da unten. Ja, was? Oh, auf, 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 da bin ich. Ich hab's da schon richtig. Das ist was. So, reparieren bitte, Roboter. Wo genau kann ich das nachschauen? Bei MyRSI, beim Profil oder wo? Oder Adressbuch? MyRSI und drunter steht dann irgendwie Contacts oder was? Oder? Ich habe The King und The Wave, habe ich. King bist du? King Oste? Ja, okay. So, da war ich jetzt immer, glaube ich. Wie kann ich euch nachschauen? Geht das irgendwie? Sag Bescheid, wenn du im Menü drin bist. Ich bin im Menü. So, dann gehst du auf Universe. Ja. Und auf Port Olisar drückst du da drauf. Ja. Und dann müsste ich dran stehen, irgendwie 16 von 15 oder so. 16, 16, ein Contacts. Ja, das ist gerade der Server voll, da musst du mal ein bisschen probieren. Okay. Okay. So, hier machen wir die Speed hier. Dann machen wir hier ein bisschen Action. Ich hoffe doch mal. Geht eigentlich jetzt aus, ähm, schießen mit den Waffen. Es gibt schon zwei verschiedene Waffen und da gibt es halt so Stationen, wo du da rein kannst und die Gnaden holen kannst und sowas. Weil als FPS rauskommst bin ich rein und das erste, wo ich rein bin, bin mit einem Waffenjob, aber leider konnte ich nichts kaufen. Ja, ja, das war auch schon, ich krieg's hier so. Macht das was aus, wenn ich dir auf den Antrieb schieß? Ich denk mal ja. Okay, das hab ich gerade nicht gemacht. Was denkst du? Darum brenne ich wahrscheinlich schon wieder. Ich war's nicht. Und ich, wie ich höre, brennt es hier die Gegnerischen nieder? Nein, der brennt mein eigenes Schiff nieder. Warum tust du so etwas? Ich hab ein Ziel gebracht. Da ist immer ein Feuer. Ja, tu mal langsam. Soll ich mal einige Torpedos packen? Ja, aber ich brenne da rum. Geht's eigentlich mit dem Ding auch schon, Rolf? Geht's mit dem Retaliator? Wir sind gerade unterwegs mit dem Retaliator. Ah, ihr seid mit dem Ding unterwegs. Alter, jetzt gehen ja ein fett Torpedo in seinem Game. Ich kann mich gar nicht anvisieren. Ich drück T, aber es passiert nichts. Ja, es ist ein freundlicher. Fuck. Ich bin so schnell! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ohhhhh! Okay, ich hab einen eingeladen. Ich hoffe, die Rampen sind auch oben. Deine! 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 Du hast drei Augen! Seid ihr alle in einem Schoffe unterwegs, oder wie? Du wenig! Ich seh nichts mehr. Unser dinker Antibrennern. Da ist eine Horne, die uns böse anschaut. Das will der, he? Willst du den Boden, und pressen! Pr聽! Ich bin die Fliege pisst nach nix. Ich bin die Fliege pisst nach nix. Wir hinst du doch rein! Die krieg ich, die krieg ich! Hast du grad einen intestinaren Traupädo abgefeuert. Oh Gott! Ja ja, aber der Hornet. Der Traupädo ist so groß wie die ganze Hornet. Wo ist der Hit? Wo ist der Hit? Im Winx-to-Way, hä? Nehm, der hat so ein kleiner Winxer! Ich glaub das ist direkt... Der ist weg! Der ist abgehauen! Einer meiner Gatlings ist am Arsch! Ich bitte dich mach doch mal wie das Landing hier rein! Wir haben da eine offene Stelle aufgebaut! Wir steigen hier sowieso aus! Wie wir steigen aus? Wir steigen hier aus und gehen in die Base rein! Einer Gatlinggang ist am Arsch! Ich hab nur noch eine! Oh Gott! Obacht! Hm, hä? Wo ist jemand? Ob möglich sein, von da drinnen vielleicht! Ich landet sie erstmal, übersucht zu machen! Mach das, mach das! Oh! Du hattest das Ding schon draußen, die Landing Gears! Ich denke ich bin ein bisschen hoch! Ähm, du musst weiter runter! Naja, das ist nicht so einfach! Ich bin weiter runter! Erstmal muss er weiter hoch! Ne, das passt schon! Jetzt geht's! Okay, du sitzt auf! Aussteigen mit STRGF! Danger! Systems Overheat! Systems Overheat! Sag mal, was treibst du? Jaja, ich bin grad verunfallt ein bisschen! Okay! Moment, ich komm hier raus und dir brennt alles! Alter, wie geil es ist und dir brennt! Ist nicht zu geil! Gott! Ja, das ist ein Problem! So! Scheiße! Probleme sind da, um gelöst zu werden! Auf nach unten! Mit riesigen Torpedos! Ich will darum... Die hollen sich verpissten, Alter! Ja! Ein Torpedos! Das Ding fliegt wahrscheinlich jetzt vor dem Ding davon! Nein! Hilfe! Hier wird geschossen, was ist hier los? Ich bin's nicht! Schießt, schneller, verdammt! Los, raus, hier! Ja! Ich suche den Ausgang, verdammt! guck die torpedos fehlen wie geil so soll es ja sein oder nicht draußen sind die das schick auf sie wieder hoch ich habe keine waffen mit 1 1 ok rein da da gibt es klar sagen andere leute macht das schiff dazu macht es zu einem soll vielleicht beim schiff warten scheiß drauf wir gehen da ist ein schiff ist doch zu da war genau eine hornet und die haben wir abgeschossen freunde mit kampf formation das macht fc des mobil fc des dingern damit die namen seht wer wir sind weiß dass uns gegenseitigen arsch ist alles klar bin drin drin ich habe nur gefahren bis ich dann habe jetzt habe ich sagen ich habe nur gefragt sie hinter mir hier zehn frames ja gar nicht so richtig wer schießt hier jemand schießt uns in der tälte hat er gerade kaputt als grünen ja scheiße wir sind keine knarren weiter geht es hier 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 schnapp euch zwei hier drauf an der wand an der wand wie mache ich das mit elf einfach hin mit elf ok links davon ist munition ist aber als du was hast du bist du schon voll ich habe keine ahnung ich hätte gerne eine andere waffe eigentlich ja aber wie kann ich die waffe wechseln da waren das zwei dann gehängt weiss ich weiß nicht ach so die hat er genommen ich dachte du hast schon da gibt es noch mehr kommen ok ich glaube ich bin bei 50 ich probier mal nee das ist deine munition ach so ok moment machen wir das licht aus nicht dass sie uns sehen direkt hinter dir ok wir gehen hier mal weiter wir brauchen noch eine knarre ja das wäre wunderbar hier irgendwas ich glaube nicht hier mal links rum ja ich war dann doch bis zum einen raus ploppt irgendwas nein warte mal doch da hinten haa gefunden was ist das was ist das kann man das hier nehmen wunderbar das bräuchte aber doch mal die waffe ne mausraten 1,2 vielleicht ja mit zwei jetzt habe ich was jetzt gut munition ist automatisch voll ok gut ich sehe noch keine feinde oder sowas aber ich höre sie also da fliegt immer noch irgendwas draußen rum wo sind sie bist du des wahnsinns wenn ihr zum beispiel nachladet munition ist voll dann zieht das magazin da und schaut das rein ist auch voll geil man ja cool wie heil ich mich wenn ich hier dings habe haa 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 ist niemand soll man mal Richtung Ausgang einfach laufen ja gehen wir mal raus oder guck mal unser Schiff hier ist da haben wir ein Problem ich bin mir ziemlich sicher dass das hier ist so wie die Explosionen klagen das ist bestimmt das die Hornet von vorhin weißt ist zurückgekommen hundertprozentig ok geht in Deckung in Deckung anvisiert nichts oh das ist eine falsche Landestecke ihr habt das verkehrte wir müssen auf der Seite wir können ja einfach außen rumschweben ich habe wusch dann müssen wir nach links gehen also darüber müssten wir eigentlich bist du sicherer war es nicht da oben der Retaliator wird nicht mehr anzeigt also der muss der muss explodiert waren wir nicht hier oben das war dann blick mal einfach hoch oh da hinten der wird geschossen was wo der hinten wurde gerade geschossen unter uns scheint irgendwas zu sein ich höre auch die ganze Zeit was los auf ins kalte kühlwaldall ihr müsst aber aufpassen auf wenn ihr landet auf dem platz vor rum das ziemlich flach aufkommt weil Schwerkraft einsetzt du weißt oh Gott oh Gott ok passt au oh Hilfe nein 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 lass mich wieder zurück lass mich wieder zurück der zuckl rum alter oder ballert jemand der ballert jemand ja sag ich doch ah nein bleib bei mir oh ich glaube da hat jemand Dings abgeschalten Schwerkraft das heißt irgendjemand ist da drin ne 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 doch jetzt geht es wieder an es geht schon es kommt sobald du versuchst zu springen ne ne ähm sobald du das Landepad verlässt so ein bisschen wie bei äh Space Engineer also mir ist eine Chance mir ist erwacht bis jemand anders kommt dann müssen wir den abknallen sein Schiff klauen okay es muss groß genug sein wenn er jemand mit einer Aurora kommt dann ist egal dann kann er nach hause kriegen unser größtes Schiff holen ja dann will ich mal sagen äh bunkern wir uns irgendwo bunkern wir uns irgendwo bunkern wir uns irgendwo bunkern wir uns irgendwo ein so okay dass hier jemand vorbeikommt das ist das nächste Problem wir müssen uns ein bisschen besser verstecken Jungs so geht es nicht ich stehe mitten auf dem Landepad Landepad hier guck einmal ja ja guck hier drin ist doch wunderbar wir haben den Eingang hier und wir haben den Landepad da unten und keiner wird mich hier finden es kommt gleich ein und dann schießt über Gatlin über den Hau weil ich schon höre es dann äh Frage haben wir mit unseren Pistolen eigentlich ne Chance gegen ein Raumschiff ja gegen Raumschiff nicht aber wenn Schilde unter sind schon hallo 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 Kuckuckuck ich seh deinen Namen nicht mehr das ist ein Problem mit F10 dann singst du mal wieder naja Nein nicht mal das echt ja das ist die ganze Name aber dein sing. ja jetzt hab ich ihn wieder an und aus machen an ausmachen ja dann geht's wieder ah ok ja das wird eine lange Nacht männer hat jemand Karten dabei also bei 16 ja gibt es gibt es doch noch irgendwas anders da drin keine ahnung ich weiß noch nicht so oft ich wurde immer abgeknallt ich muss mal kurz grafikeinstellungen ein bisschen runterstellung ich glaube das bringt nichts weil das serverseitig ist das problem ok ich bin rausgeglitscht ich bin wieder draußen ich wollte gerade sagen kommen sie rein können sie rausschauen das sah aber echt aus wie superman einfach im flug muss und nach wusch so ich sage einfach mal wir wohnen jetzt hier es gehört jetzt einfach uns ok jetzt sind du im clan immer mal nach oben oben war man nicht ja ja ein bisschen unten schauen wir mal wie hoch bekommen immer mal ganz hoch das ist übrigens an diesen weil wir mal diesen dingen hier oder gerade vorsteht da kannst du nicht wieder aufladen da ist immer so ein zeichen ist eine steckdose dran da kannst du auch dein handy aufladen das ist wie auf dem flug da ist ein schiff ich habe es gehört nur langsam in der zeit ja gut wir müssen hin alter der unter die richtung landen den landen sind niemanden landet 5 so auf jeden fall gerumpelt rumpel ist immer ich sehe das schiff ein bisschen ist gut ich glaube das hier durchgeworfen und der nächste klein okay aber es könnte sein dass ihr jetzt nicht schon auftaucht seid bereit aber wir können uns warten mal hier muss ja irgendwo dann so ein ja hier die müssen doch die druck schleuse und jeder durchkommt und knallen sie ab wie das wie fische fischen abknallen jetzt noch mal machen jetzt eine andere war es ist verschiedene es gibt es okay wo war das draußen müssen die schiffe aber es scheint direkt vor uns zu sein da draußen scheint abzugehen ja ich sehe das ist die frage als das war ziemlich meine rausgehen wartet mal eben kleinen moment ich höre auf jeden fall frost da ja sicher hier ist irgendwas der eilt hier irgendwo rum die ganze zeit kann das sein dass er sonst chaotisch ist die anderen kommen wenn dem so ist haben wir ein problem nein dann dem problem hier rein holen wirklich ich weiß nicht was ich weiß nicht ob das jetzt die handfeuerwaffe ist oder oh oh moment mein telefon die ganze zeit sekunde ein schlechtes timing richtig schlecht timing oh gott oh oh das ist sogar einer voll lüchen hört auf zu jammern knallt sie einfach ab da hinten ist entlang gelaufen der hundling griff um hierher was gibt es denn jage ich jetzt nein ist jetzt hoch oder wie jep schieß ihm ins gesicht und er ist tot da ist sogar eine medis station guten tag alter oh der hat mir ein bisschen weh getan ja dann heil dich mal wie mach ich das äh anschauen das aufnehmen und dann auf h drücken ah ok besser wie zur hölle komm ich hier raus wunderbar noch ein neues magazin kommt man eigentlich raus zu seinem schiff wenn man in dem anderen ding ist ist alles wie zu seinem woanders ist was alter der muss ja sein schiff irgendwo haben deswegen sollen wir mal rausgehen ja wir können ralf nicht hier allein lassen das ist los das ist los wir haben einen gebracht ich hab jemand getötet scheiße wo seid ihr raus oder ich mach grad die luftschule aus halt stopp 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 nein der kann ja der ist ja von oben gekommen der kann nicht da unten kein sein der kann ja irgendwo hast du das raum schon kann denn auch sein irgendwo schweben der muss ja unbedingt landen ok ja alter ist das geil man der ist auf jeden fall von hier gekommen Ralf bist du drin stefan oder nicht bei euch aber du procurierst halt ein wenig rum oder alter ist voll action alter hier ich hab ihn doch gedacht moment der kommt immer auf den oben und das könnte keiner von euch sein also die atmosphäre ist schon hart irgendwie du lebst aber noch oder? ich? pressurized warte mal ich glaub hinter euch ne halt cyclin heißt weiß einer von euch? ja bei mir hängt ok geh mal raus seid ihr noch da? ne das passt ja geh mal raus hüp komm rein schnaußklo ne wie mir hätt's grad kann ist grad aufgehängt bitte lass da irgendwo ein schiff sein ein größeres um alle rein passen ah Mist er muss da das schwebt bestimmt nicht hier irgendwo außen rum ja warte mal hier oben ist auch noch was ist das da hinten? wo seid ihr hin? nach ganz oben die treppen hoch welche treppen? gibt's treppen? ja ach so ah da hinten ralf 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 wo gehst du raus? hier am rand ganz oben bin ich ja das meine ich ja das meine ich ja das ist da hinten siehst du was da schwebt was so beleuchtet ist ist das ein schiff? da hinten? das sieht aus wie ein schiff wir gehen da hin vorsichtig nicht ah ja ah ja das ist ein großes schiff alter go 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 das noch zwei das ist ein ahorrar scheiß der fassen zwei rein unsere karte ist noch da ein ins bett und eine ans steuer darum ist unser schiff noch ist jemand unten ich drehes mich ich sehe es ich sehe es ich grafen das ist eine weniger hart nichts mehr hin da kommt gerade ein anderes schiff an schnell die weniger auf der vanguard ich wurde rauskatapultiert ist irgendwann muss mich hinsetzen oder schleudert mich raus wenn du fliegst ich bin steuer ich glaube ich bin hier am bomber deck system ist nicht verfügbar aber ich theoretisch einfach mal stehen ich habe keine ahnung wo ich sie zum geschützt geht ehrlich gesagt ist drin ralf ja ja ich bin eben hier also hier kannst du rangehen hier das rot graue ding ja da bist du an dem arm verdammt wer schießt mit er hoch mit der hoch mit der hoch ich sehe zum glück gar nichts ich hab's gleich ich hab's gleich eventuell okay gut aber beruhigen ja aber flieg am besten zurück nach porto lisa alter wir brauchen unsere schiffe wieder okay ich habe ich auch schon wieder im kampfmodus und schwindigkeit er mit pre genau wie kann man die du musst wieder v gasgeber v drücker einmal stecken wir in der decke drin aktiviert okay dann drück b und zu porto lisa aus dem schaden mit mausrad danein drücken b b b b b was knallt hier so ich habe keine ahnung das ist nur der antrieb nur keine panik viel zu viele explosion ich setze mal aufs klo ok moment erst bei dem modus wieder ausschalten hier ich möchte mich einfach nur auf der stelle bewegen okay so besser ist gleich wieder steuerung übernehmen so b was müssen machen porto lisa jetzt mich rein verdammt das bombensystem ist nicht verfügbar aber ich kann ich habe hier ein system wo ich mir die schilder die anzeigen lassen kann alle das sind das ist eine ballistische mg obendrauf ich sehe nichts mit port porto lisa kann es sein dass es hinter dem planeten ist ich könnte es auch direkt springen aber ich weiß nicht ob ich nicht durch den planeten auf springen hast du es alles angezeigt gerückt oder es es müsste porto lisa sein aber das ist genau raus ich weiß nicht das passt ja das wollen wir gleich raus finden oh gott oh gott er wird immer größer ah nein sauber bist du da bist du da du hast überlebt überlangsam gell ja ja ganz langsam vorsichtig im precision mode also cruise mode erstmal noch und dann precision mode sobald du nicht grüßen nicht grüßen ok 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 alles klar ich sehe gerade unser recht antrieb ist gelb und unser linker flügel ist rot ich glaube ich bin der kleine schulmann die hat dreifach die sechsfach sauerbach obendrauf nice willst du mal andere probieren du mal halt mal an du mal langsam drück einmal n dann müsstest du das jetzt auch zeigen oder ok ja dann drückst du M automatisch gesandt aktiviert äh was nix was habe ich gemacht eu Landepad ein wenig anders angezeigt wird bei dir mit einem extra kringel oder so yep da ist was da gehst du ein wenig hin und dann drückst du das Maus gerade rein da hast du Lande erlaubnis ey koll langsam langsam oh god oh god oh god du kannst hier einfach landen mach ich hier runter einfach gerade runter sehr gut einfach schön gerade runter so ist gut altes typenstein am Arsch oh god ok ich steig wie steigt man mal aus steuerung f steuerung f genau ja einfach raus hier scheiß drauf oh god das muss ich mir jetzt von außen mal angucken also da hängt eine Gatlingang am Ausgang ja die hängt schon länger hier drin ah ok ich hab's wieder weggeschleudert ich bin wo bin ich ich bin mitten im Weltraum alter was ok ah ich bin weggeschleudert ja ich mich auch ich bin 15 Kilometer weg von der Station ich auch ich werde mich umbringen ähm ich weiß warum der Vügel rot ist wir haben keinen mehr ja ja ich wir geh jetzt mal selbstmord ok ok das war das Geschütz ja selbstmord nochmal wir haben wir haben links und rechts kein Flügel mehr ja wir haben uns packt alter also wir reden es ihr wisst schon da ist unten einer rumgeeiert und ich hab gerne gefragt ob es einer von euch ist ähm uns fehlt ach uns fehlt der linke Antrieb komplett ah ok oh Gott nein 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 nicht nach unten fallen scheiße ich hab nen Bug ach egal ich hab grad nen Tinnitus ich hab mal ich hab mal Hilfe ja das geht noch ne Weile weg au au nein lass mich zurück lass mich zurück zum Schiff stein wo steht das Schiff da sind schon wieder gespawnt alle ja ja ich bin grade im Hauptmenü äh also im Haupt äh wo du das Schiff rufen kannst schau was bei dir aus ich flieg über unserem Schiff ich komm nicht aufs anderes ach ok was wollten wir als nächstes machen wir sollen wir mal eine gescheite Mission machen warum nicht was gescheites was so Schiffs sind denn nimmer ouch warum klauen wir nicht das und fingen wir den weiter der ist ja voll im Arsch eigentlich können wir uns doch naja egal scheiße ne ne mach mal komm scheiß drauf wenn ihr wollt kann ich das Ding auch in die Station rein rammen ne 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 komm nimmer wann haben wir doch mal die Chance auf das Schiff zu fliegen komm nimmer das doch einfach oh god wo ist das Landepad ist denn das ich hab absolut keinen Schimmer das ist ne große Zahl auf dem Landepad Moment das krieg ich raus das krieg ich raus ok Moment das ist eine entweder eine 90 und eine 6 ne 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 Das heißt, uns fehlt wirklich da hinten ein Stück vom Antrieb. Wir haben den Vorderteil der linken Turbine noch, aber den Hinterteil nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie irrelevant ist. Ach, das geht. Das hat funktioniert. Also ich habe hier unten auch Torpedos auf jeden Fall drin, sehe ich. Wir müssen es reparieren, weil ein paar der Systeme sind ausgefallen. Die konnte ich nicht benutzen am Commander-Deck. Wir haben hier richtig eine High-Station. Moment. Das ist 5. Ich guck mal. Das ist 6. Ich lauf gerade. Das sind hier falsche, war das 9 wahrscheinlich. Nein. Was ist los? Das Schiff ist weg. Ah, ist die spawned, gell? Fucking hell. Ah ja, okay. Das Schiff ist weg. Das Schiff ist weg. 單